Yoshida, 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 Yoshida. Dann bitte einmal herzlichen Applaus. Einmal herzlichen Applaus für Yoshida Sonnenfondsgur. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Und jetzt kommt noch mal Gereza, aber bringen wir nochmal Yoshida jetzt. Ja, oh mein Gott. Alles ist ganz schön. Fikor ist genau so, wie es da aus. Das muss das Auto-Vertilnis sein. Das Auto ist sogar so. Das muss bis ganz dahin für den Ort sein. Ja, wer hinten im Hallelan-Einkaufgang muss uns hier füllen. Nummer 10. Ja? Wollen wir schon mal kurz ein bisschen anfeuern? Wollen wir alle mal ein bisschen anfeuern? Okay, dann haben wir drei, zwei, eins. Mehr, da muss noch ein bisschen mehr an. Da geht erst aber mehr, oder, wenn Sie anfeuern? Ja? Ja, das ist nicht mehr. Das ist ein großer Hallel. Weil wir ein bisschen Lärm haben. Genau, bei der Halle. Ich sehe schon gar nicht bei den Ausgang. Aber ich sehe gar nicht bei den Ausgang. Aber ich sehe gar nicht bei den Ausgang. Aber ich sehe gar nicht bei den Ausgang. Hallo! Hallo! Sehr schön. Das sieht super aus. Ja. 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 Das sind meine Community. Ja. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Mit der Community, am besten Stand, in der besten Halle, mit dem besten Monoraktion. Mit den besten Ehre-Gästen auf den Karten. Vielen Dank für unsere Gäste! Wir haben noch ein bisschen Zeit, packen wir noch einmal! Die Gäste! Die Gäste! Eine weitere Gäste! Das kannst du in Mayern sicher. Das ist unser Freiergang. Dann erinnere ich mich jetzt. Jede Gangshow macht die hier richtig. Ja, gut, dass du da bist. Ja, wenn du lauter bist, dann kannst du dich ja, wie würde ich dann hier auch gewöhnen? Tja, ich trinke mal eine Freischung hier. Unbedingt. Ja, ich rede jetzt mal. Ja, das ist das hier. Ja, das ist das hier. Ich denke, nachher noch mal ein bisschen Fight Action, ja? Ja, sehr schön. Guck mal, da wird auch endlich schon Titania geils, beziehungsweise es zuerst hingeschrieben. Guck mal, wir starten auch schon. Ja. Es geht jetzt los, Leute. Macht ihr Wagen! Oh! Sehr schön. Dann gehen wir mal rein, ne? Genau. Jetzt mach ich jetzt noch mal. Ja, aber noch kurz. Weil du irgendwie, das ist auch so, immer unter der Keller. Dann geh ich lieber in den Wald. Dann geh ich lieber in den Wald. Ja. So, wir schauen mal. Ja. 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 Ja, ready? Check here. Let's go! Hey! Wir können doch schon mal überall bereit machen, ruhig für den Countdown. Das ist der letzte Countdown des Tages! So, mach ich die Stimmung, ja? 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 Ja, das ist auszuhandert. Meitens sind, ne? Ich bin schon mal in den Wald. Ich bin schon mal in den Wald. Ich bin gleich an dem Countdown. Ah! Ne! Why did check? Einer ist nicht bereit. Doch, die meins. Ah, dann sagt er sich schon an. Ich bin doch nicht. Ich bin gleich, hä. Das heißt denn mal so, die letzten Lachen? Ganz süß. Ich komme jetzt an. Oh, das ist auch noch auf unser Weitfest. Ja. Doch, doch. Ich bin auch noch mal hin. Ja. Da wird auch noch ein bisschen abgeschossen machen. Jaa. Ja, ich schau mal rein. Ich schau mal. Aber der Chatwand auch, du siehst du mal so schön, wenn es gut gut ist. Jetzt werden wir hier, wollen wir mal den Chatbots zuwinken? Ja. Wir winken mal den Chatbots alle. Wollen wir euch noch einmal für Twitch? Wir winken mal. Wir winken mal. Wir winken mal. Noch ein bisschen, da sind wir jetzt im Ausgleich. Wir winken mal. Genau, einen kleinen Moment, aber ihr winken jetzt? Ja. Das sieht man euch bei Twitch. Sehr schön. So, ich hab den Pro-Counter gehört. Ja, dann gehen wir mal wieder ins B1. Habt ihr euch alle bereit? Der letzte Countdown. Der letzte Countdown. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Jetzt aber, ne? Jetzt wieder. Ja. Wir sehen noch mal die letzten, die kennen exakt hier vor. Ja, genau. Ja, genau. Alle Zeit stehen. Boah. Ich bin noch mal ein Schreckchen. Ich bin ein bisschen degetriert heute. Oh, ich darf ja auch jetzt sehr gut. Ja, danke. Was geht das gerade noch? Ja. Auch ihr weit schätzt es? Ja. Du kannst doch jetzt raus. Ja, aber der hat das noch nicht gemacht, aber das hat uns auch nicht geschafft. Jetzt gibt's auch Marker. Ja. Da war noch keiner, der verrückt war. Das finde ich gut. Ja. Wie läuft's? Ja. Wie läuft's? Ja. Ja. Jack is asking, why are they playing the screens, turning to the outside? We have, they have their own screens and then we have their point of view of showing to the crowd so everyone will see it as well. Ja. Das sieht deutlich besser aus als gerade eben. Ja, jetzt nochmal richtig, wir sind nochmal richtig mit angeteuert. Ja, wir hatten andere Schwärter, wir hatten andere Schwärter, wir machen mit, finde ich gut. Guck mal, überall hier die Schwärter hoch. In der Crowd, habt ihr auch Schwärter oder was anderes? Mach doch mal. Andere Zeit lane. Ja, und wenn es die Hand ist, ist auch gut. Wir sind alle unter Titania während des Desten. Chat, are they gonna do it now? Let me get some hype in Chat. So, wir gehen der Desten in den Wald. Ein bisschen Fischewild, Fischewild. Mann, deutsche Sprache, spieles Sprache. Guck mal, der Chat heißt. Hallo. Da Freya war's, bitte. Leute, die hören euch jetzt nochmal. Nochmal richtig großen Applaus für die Gruppe hier. Jan Mayer war's. Jan Mayer war's. Adrenalinburg hier. Beim letzten Film des Tages. Schau mal, wenn ich mir jetzt gleich hier nach vorne holen kann. Ich will auch mal ein kurzes Interview. Wir lassen erst mal unterschreiben. Ich will doch mal versuchen, dass wir das gleiche auf den Autoschiff noch mal zu mir nach vorne gehen. Kommst du gleich nach vorne? Kommst du gleich nach vorne? Schau mal, dass die Autoschiff noch mal zu mir nach vorne. Kommst du auch nochmal nach vorne? Wir haben noch mal für euch, dass ihr hier so mitten im Halbtag einen Applaus bitte! So, hi! Ja, wie war's denn? Was war denn die ersten beiden Puls los? Ah, ich würde mal sagen, auf der Phase. Ja. Auf der Phase, immer zwei weich, und dann der dritte sitzt hier. Ja. Wie hast du gespielt? Maschinist? Ja, Sie? Ja, bei dir lief's ja, ne? Nein. Nö? Oh, es gibt eine Mechanik, ein Geschoss. Ja. 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 Ja, du. Aber ihr habt's geschafft, herzlichen Glückwunsch noch mal. Ja, ich bin auch froh, dass ich da auf der Mühle bin. Ja, äh, müssen Sie bei mir dann sagen. Hier, bei unseren beiden Ehrengästen. Ja. So, dann würden wir euch, wenn ihr alle mit den Unterschriften durch seid, auch einmal den Link von der Bühne zu verwenden. Und nochmal großen Applaus und danke fürs Mitspielen. Das war jetzt natürlich noch mal. Das war jetzt natürlich noch mal. Ja, das war jetzt noch mal. Mal mehr. Ja, das war jetzt wirklich. Genau. Ja, das war dann. Das war jetzt gar nicht. Ja, das war dann einfach. Ja, das war dann nicht. Da wird sich jeden Fächel gesprungen. Nochmal ganz großen Applaus für euch, nochmal hier, jetzt auch einmal alle, jetzt aber ein richtiges Satz. Dafür ist nicht der Glück gelohnt! Komm, 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 komm! Vielen Dank, danke schön! Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank! Vielen Dank, vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Tschüss! Tschüss!